Servus Leute, willkommen zurück zu Halo 2. Moment mal, ein Augenblick. Ah, schon viel besser, ja. Ich habe vergessen die Tonung zu ändern, also die Lautstärke besser gesagt. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich heute noch Halo 2 aufnehmen werde. Ach, diese Musik. Ich kann es nur oft genug betonen, ein wirklich genialer Soundtrack. Aber nun gut, machen wir weiter, sonst schwärme ich hier noch länger von der Musik. Ich hatte nicht gedacht, dass ich heute noch Halo 2 aufnehmen werde, weil es gerade mal zwei Stunden her, seitdem ich Halo 2 aufgenommen habe. Und in diesen zwei Stunden habe ich Donkey Kong 64 aufgenommen, drei Parts, wo ich momentan leider ein bisschen festhänge, aber... Nun gut, ihr klugen Leute werdet mir ohnehin Tipps geben. Ach, diese Musik, genial! Ja, in der letzten Folge haben wir mit ansehen müssen, wie... ...Commander, Miranda Keyes und... ...Serge Johnson entführt wurden von der Allianz. Mama Elite. Aber diese Gegend, guckt sie euch an. Das ist so geil. Scheiße, er hat mich gesehen. Hat er offensichtlich doch nichts. Oh, 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 oh. Schnell! Scheiße, zu spät! Komm her! Du musst hier nichts glauben. Ich bleibe lieber bei meiner Allianz-Waffe treu. Und es hakt ein kleines wenig... ...ein kleines wenig? Was habe ich... Es hakt ein kleines bisschen, das wollte ich sagen. Weil ich gerade Kill-Instinkt den Thunder-Nodef-Run hochlade. Noch mehr tote Eliten. Einer mit zwei Waffen ist gefallen. Einer mit einem Partikelschwert ist gefallen. Da oben sind sie. Okay, erst mal auf mich locken. So, jetzt kommt sie. Und dann kann ich sie abknallen. So, jetzt kommt der andere. Daneben. Brutes sind zwar körperlich... Ja, von hier. Also, Brutes sind zwar körperlich stärker als Eliten, aber Eliten sind dafür klüger. Gehe dieses Mal von hinten. Und schnell weg hier. Jetzt gehe ich mal ein bisschen mit Taktik vor. So, und wieder weg. Sie haben mich gesehen. Scheiße. Ich kann hier verstecken. Hat er mich gesehen? Nein. So. Sie hauen ab. Okay. So. Er hat mich gesehen. Shit. Komm her da. So, der ist weg vom Fenster. Schnell, Waffe. Das war knapp. Habe ich lieber die andere Waffe jetzt weggeschmissen. So. Jetzt versuche ich mal, mich ein bisschen ranzuschleichen. Und ich merke den leichten Lag. Das liegt aber nur daran, dass ich gerade was hochlade. So, der ist weg. So. Jetzt vorgehen. Scheiße. Scheiße. Weg da. Da kommt unser Kumpel. Ich werde noch schnell meine andere Waffe suchen. Ja, da kommen richtig starke Verbündete. Dann jetzt sind wir noch mal richtig böse. Und ich kann meine andere Waffe nicht finden. Egal, gehe ich ihm mit Partikelschwert vor. Ich meine, haben sie das Blut unserer Brüder vergossen. Ja, die Shang-Heli, so heißen die Eliten, sind eine sehr stolze kriegerische Rasse. Darum sind unsere Verbündeten, die seltsamerweise in Halo 3 dann auch feindlich sind. Ich versuche sie mit einer Granate zu töten. Und es hat total gesessen. Oh. Das war dumm. Ich hatte gehofft, da oben rauf springen zu können, aber... Toll, jetzt ist mein geiler Erfolg von gerade eben weg. Ich versuche es noch mal. Und das war, glaube ich, viel zu früh. Nein, sind wir nicht. Komm her. Du kannst gleich weggehen. Verschwinde. Ich habe dem einen unserer Rasse getötet. Was? Ach so. So. Ne, ich will die blaue. Die sieht besser aus. Es versucht, uns auszuweichen. Ja, ja, die Eliten alle mit Partikelschwerter. So. Ihr versucht hier gar nichts, Leute. Da hast du. Achtung, Leute. Wow. Regeneriert euch. Fliegewesen. Und die fetten Brutes sind auch wieder da. Da hast du. Auf ihn. Du brauchst dir gar nicht abhauen. Feigling. Oh nein. Wow. So. So, ja. Nein, Moment mal. Obwohl, meine ganzen Verbindeten haben ja alle Partikelschwerter. Das ist besser. Ich vergesse immer, dass der Gebieter keine Taschenampe hat. So, Leute. Alles in Ordnung? Moment, du hast eine Schusswaffe. Du auch. Kann ich dir die wegnehmen? Das war erfrischend, oder? Kann ich dir nicht wegnehmen. Da wird zumindest auch eine der höheren Eliten bei uns. Kommt, Leute. So, und schnell ermordet. Hörst du auf? Na warte, du Arschloch. Ich lade lieber nochmal nach. Bitte, kein Auer. Möden Eliten. Blut, schlimm, stinken. Ich hierbleiben. Aufpassen. Kein Blut hinter mächtigem Gebieter. Ja, klar doch. Aber gut, diese Sprüche habe ich auch noch nie gehört. Da sind die nächsten Feinde. Da hast du. Nachladen. Ja, aber echt. Der wilde Trepopheten. Tja. Das war's. Okay, hier rüber. So. Du Feigling. Bauchbruch. Scheiße, jetzt habe ich's verkackt. Du Penner. Autsch. Stecken-Action. Stirb. Und Granate ins Gesicht. So, du weg. Du da unten musst dich gar nicht verstecken. So. Da muss noch irgendwo einer sein. Du Bastard, hast du uns einen Kumpel ermordet. Stecken-Action. Schmeckt den. Scheiße, ich sollte vielleicht nicht so dumm vorgehen. Das kann ich im leichteren Schwierigkeitsgrad gerne machen, aber... So. Mann, warum? Wie war das? Na und? Voll in den Kopf. Jaja, die Plasma-Pistole kann auch mächtig sein. Vor allem kann man damit sowas hier. So. Hilft aber nur, wenn die Gegner Schilde haben. Die Brutes haben aber keine Schilde. So, ich kann genauso schnell schießen wie du. Ich werd's dir da unten schon noch zeigen, du Feigling. Jetzt lebst du immer noch. Du wirst dich da unten nicht verstecken. Das sind eigentlich meine restlichen Verbündeten. Da oben steht einer, okay. Voll dahin, wo es wehtut. Kein Wunder, dass er gestorben ist. Schmeckt den. Ne, ne, ne. Ja, Plasma-Pistole. Ach, scheiß drauf, da hast du. Wow. Von wo, von wo? Ich nehm' lieber das hier meines Verbündeten. Selber. Wer ist hier fett, hä? Hüte deine Zunge vor den mächtigen Gebieter. Braust gar nicht zucken. Blöder Penner. Na, was ist mit euch da oben? Wollt ihr nicht kommen? Warum habt ihr euch nicht am Kampf beteiligt? Na gut, egal. Oh! Sie haben noch mehr unsere Freunde getötet. Das werden sie bereuen. Habe ich irgendwie einen Bug, oder warum kommen die nicht nach? Normalerweise verfolgen sie einen. Halt die Klappe! Halt die Klappe! So. Ihr habt hier gar nichts zu melden. Na, was ist mit euch? Wer versucht sich zu verstecken? Ich werd's euch zeigen, auch wenn ich alleine vorgehen muss. Verschwindet. Stirbt doch nicht. Stirbt selber. Na, wo ist der andere? Ne, ne, ne. Ah! Ich glaube, ja. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, es hat mich getroffen. Ich will diese Welt aber nicht mehr von neu starten. Nur wegen meiner Verbündeten. Toll, jetzt ist da draußen, feige Sau. Da hast du eben. Da ist eben nicht mehr so einen geilen Abgang. Ich darf dich da zu verstecken, du Würstchen. Sammel die Meute! Ja! Scheiße, das war zu spät. So. Da ist wieder unsichtbar. Ja, ich weiß, ich bin etwas still, aber... Den Fetten will ich. Komm her! Ich schneid dir deine Glatze auf. Und du auch! Da kommt noch einer! Ah! Komm her! Ich sehe aus wie ein ganz normaler Shang-Heli, also. Nur weil der Gebiet, der mächtig ist, heißt das nicht, dass er grösser ist als alle anderen, okay? Oh, 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 aber zu wenig Munition! Scheiße! Ich schleudere es lieber so mit, falls ich es brauchen sollte. Ja, das ist eine interessante Technik. Schwert schmeißen, Bazooka schmeißen. Oh, noch mehr Bazooka. Moment, Moment. Lasst mein Kumpel in Ruhe, ihr Penner! Gut, da ist das Schwert gelegen, Moment. So. Und ich weiß natürlich, was jetzt kommt. Nicht mehr lange! Verzieht euch! Ihr Waschlappen! Jetzt bist du auf einmal nachgekommen. Und wie ihr seht, wir sind jetzt auf der anderen Seite. Sollte vielleicht meinen Verbündeten helfen. So. Ich werde es euch zeigen, ihr Waschlappen! Komm! Scheiße! Du hast gar... Wie war das? Du hast gerade unseren Kumpel hier ermordet. Du Bastard. Und da vorne... Oh, da ist einer mit Schwert. Ja, tut mir leid, Kumpel, aber ich werde dein Schwert in Ehren halten. Was sehe ich da? Eine Schrotflinte? Seit wann verwenden die die? Ich glaube, ich gehe doch lieber mit der Schwertflinte vor. Oh, was sehe ich denn da? Scheiße, jetzt kommen viel zu viele geile Waffen. Ich habe einen Plan, ich werde das erstmal so machen. Ja, ich weiß, es ist umständlich, aber... Nein, ich... Da liegt. Denn ich will den Allianz-Karabiner noch austesten. Moment, das ist ein Verbündeter. So, einmal... Gib ihm! Was? Du Penner! Nein! Boah, na warte, die Saftzecke. Dafür werdet ihr alle sterben. Na warte, die Ratten. Ich habe meinen Kumpel ermordet. Auch noch einen der Ranghöchsten. Von einem Scharfschütz niedergeflankt. Jetzt kommt her. Einen Moment mal, so. Nachher mit der Schwertflinte. So. Du, da hinten brauchst dich gar nichts verstecken. Ihr Bastarde. So. Ich fahre euch über den Haufen. Keine Sorge, Kleiner. Ich helfe dir. Oh, 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 oh. Autsch. Komm her. Du auch, du Kleiner. Wie war das? Du bleibst schön hier. Jetzt ist der Gebieter sauer. Ihr habt schon wieder meinen Freund ermordet. Ich habe dich dann genau gesehen. Du kannst dich nicht gegen alles wehren. Jetzt ist der Gebieter badass. Da hast du. Na, was ist jetzt? Komm her. So, jetzt ist hier Schluss. Jetzt räumt der Gebiet auf. Ich würde mal sagen, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Fertig. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.